Die Sturwings konnten nach einem kleinen Rückstand ausbeichen, jetzt rund 1 min. vor der Viertelspause, aber… Und hier sollte Andrea Mattitsch vorsichtig sein. Und der Dreier von John Williams. Und ein Puschen von Nummer 10, ein leichtes Puschen gegen… Und er sollte jetzt sogar eine Verlängerung geben, er eventuell hier vielleicht sogar noch in der Verlängerung nicht mehr dabei ist. Mit einer dynamischen, guten Leistung gezeigt worden. Der Williams ist ganz darauf gesehen, dass der Ball gekommen ist. Das hat dieses Mal nicht geklappt, vor allem auch, weil der Gegner dieses Mal aufgepasst hat. Hier war der Beteiligungsfehler von den Sturwings. Und er hat eine gute Szene, einen guten Pass. Und der Schrittfehler wurde auch nicht gesehen. Aber wenn ein Dreier so reingeht, dann wird es schwierig. Also jetzt sind es doch eine 6-Punkte-Differenz. Das war der Beteiligungsfehler. Das war der Beteiligungsfehler. Das war der Beteiligungsfehler. années,' also wurde das cohorts ges quizze. Das war der Beteiligungsfehler. Aber der Beteiligungsfehler wurde schon gestor�eraiert. Bis zum nächsten Mal. Achtung tram理 gain, Century X , Vorsitz bis zum nächsten Mal. plotting. Untertitelung des ZDF, 2020